Weil ich generell sehr kreativ bin und das Kreative liebe und da gibt es eben so Videoprojekte, Bildbearbeitung, Gebendesign und so weiter. Da gefällt mir am meisten würde ich sagen der Campus, also es ist wirklich sehr ruhig, sehr schön, sehr viele Sitzmöglichkeiten, kann ich auch so in Ruhe an Projekten arbeiten und so weiter. Generell Leute die kreativ sind und sich auch mit Technologie und Medien und so weiter auseinandersetzen wollen.